Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Half-Life 2, wo es nahtlos weiter ging. Jetzt im Stream, natürlich. Ist auch vielleicht eine Minute Pause. Für ein bisschen Werbung. Zack. Sehr gut. Wenn jetzt hier jemand reinläuft, explodiert das Ding dann und reißt uns mit in den Tod? Gut, wahrscheinlich, oder? Ich denke schon. Naja, jedenfalls, wir haben das letzte Mal ganz, ganz, ganz schwierige Rätsel gelöst. Und jetzt geht's weiter nach dieser kleinen Unterbrechung. Äh, ja, folgt, folgt Freeman. Genau, das machen wir jetzt nämlich. Dr. Freeman! Hallo! Barney sagte, dass Sie kennen. Er hat sich vor den Scharfschützen dort vorne im Lagerhaus verkrochen. Gut. Gehen Sie, er braucht Sie! Alright. Du zuerst, Freeman! Was? Du zuerst... Ja. Selber du zuerst. Können wir... Müssen wir was sammeln? Pistole. Ist ja nicht so... Oi, 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 oi. Ist ja nicht so viel. Ich glaub, den hat's erstmal erwischt. Ui! Ah, was, 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 was geschieht hier? Alter, mach halt keinen Scheiß. So, ihr seht's ja alle, ne? Was hier das Problem ist. Ja. Wo ist er? Da! Ist er uns erwischt? Eben noch mehr Anzug? Ich bin mir nicht sicher. Na, komm, baller. Wir haben einen Mohn. Oh, scheiße. Ah, fuck. Ah, toll. Vielleicht ist es auch gar nicht so gedacht. Was wir den jetzt abschießen können. Wow! Nee, mach das nicht, Junge. Oh, shit. Ah, toll. Echt toll. Wow! Wenn er das Ding hier runterschießt, würde ich das ein bisschen feiern, ehrlich gesagt. Boah, das ist schon irgendwie cool. Hallo. Hallöchen. Ich will, dass das Ding wegfliegt. Können wir Tontauben schießen machen? Warte mal. Hallo. Hallo. Ja, Mann. Party. Oh, cool. Sorry, aber ist schon ein bisschen cool. Oh, so, ja, aber trotzdem, ähm, müssen wir hier irgendwie weiter. Oh, wo können wir uns verstecken? Oh, 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 hier, hier, hier. Ui, 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 ui. Aber hallo. Ja. Boah. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, was. Boah, die hauen aber halt auch rein. Oh, die hauen aber auch rein. Oh, so ein Mist. Ha. Ja, müssen wir uns jetzt um, uns um die kümmern? Besser ist es, oder? Ja, scheiße, hätte ich jetzt mal Raketen, ne? Ha, 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 ha. Au, das tat weh. Oh, das tat weh. Haha, genau das. Oh, kacke. Oh, nicht gut. Oh, fast. Oh, fast. Ja, ha, 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 ha. Das Health ist mir irgendwie nicht genug. Ist da noch einer? Also, da ist natürlich noch einer, aber sieht er uns? Hm, 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 hier haben wir vielleicht ein bisschen was. Ja, na, ein bisschen Anzug wäre nicht schlecht gewesen, aber nun gut. Ich will mich ja nicht beschweren. Haha, aber mit Sniper only. Ah, es ist kein Zufall, dass hier die Nades rumliegen. Ja, speichern, weiter. Mit mir rein. Wo ist er? Oh, Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ah. Ah. Ja, machen wir gleich. Ah, Gewalt. Musste mich gerade ein bisschen abreagieren, Entschuldigung. Jetzt geht's wieder. Wo bist du denn da hinten? Okay. 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 Komm. Mach Baller, Baller. Mach Baller, Baller. Oh, shit. Boah, der ist aber schnell. Ja, das würde ich nicht machen. Das würde ich, ja, würde ich ganz vorsichtig sein. Lo, 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 lo. Soll ich mal probieren, von hier aus? Ah. Da drunter, ne? Ja. Ja. Na, testen wir mal. Ah, zu niedrig. Ja. Ja. Hä? Aha. Hat er Mist gesagt? Ah, ist aber nicht tot. Schade. Oh, nee, warte mal. Muss ich nochmal laden. Äh, Mist. Hahaha. Könnte ich sein. Oh, ups. Ich hab aus Versehen losgelassen. Ah, es hat funktioniert. Hahaha. Ich mein, das war natürlich volle Absicht. Genau so. Oi, ei, ei. Genau so. Ach, wie schön. Äh. Äh. Dreck. Ui. Ja, nice. So ist gut. Wow. So ist gut. Ah, ja. Ein bisschen, ein bisschen nehme ich. Nehme ich. Geht weg, 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 weg. Danke. Hm, hoch. Was denn? Ach so. Ah. Hä? Ah. Tür macht Geräusche, aber ich komm nicht rein. Alright. Nee, würde ich nicht machen. Uh, ja. Nee, nee. Also hier würde ich... Hilfe! Hier würde ich Haustiere an die Leine nehmen. Auf jeden Fall. Oh, ich kann ein bisschen unter das Wasser gucken. Aber ich glaub, das will ich gar nicht. Hilfe! Hilfe! Wir dachten, hier unten wären wir sicher. Ach, hier ist einer. Ich weiß nicht, dass alles verseucht war. Die anderen sind nach oben. Sie haben es mit den Scharfschützen aufgenommen. Die sind wohl immer noch oben. Ich dachte gerade, er hetzt... Er hetzt hinter sich, aber nee. Er bewegt sich noch. Oh, oh. Vorsicht. Vorsicht. Das verwandelt sich gleich. Gut. Ja. Speicher ich vor Freude. Ja, also... Hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Wäre wahrscheinlich auch nicht... Also ist jetzt nicht so notwendig, hier durchzubrechen. Gut. Wo geht's denn dann weiter? Hier? Oder kamen wir hier? Hier? Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Hier kommen wir nicht her. Oh, 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 oh. Die sind so fucking schnell. Hallo, Ali. Äh, Lee. Hallo, Ali. Hallo, Lee. Wie geht's denn so? Ah, jetzt sind wir auf der Seite. I see, I see. I see, I see. Fritten. Ketchup? Oder Mayo? Oder beides. Oder irgendwas ganz anderes. Irgendwas perverses. Mhm. Ein bisschen Currypulver. Curry mit Öl. Natürlich. So, lass mich raten. Hier sehen wir gleich, dass hier ein Scharfschütze ist, wenn die weggeballert werden oder sowas. Ah, oder... Oder auch nicht. Sollten wir die geile Waffe eigentlich aufheben, ne? Hier, das reicht auch. Ja, Senf. An sowas dachte ich jetzt auch. Es gibt ja auch verschiedene Senfs. So süßen Senf und so. Kann vielleicht auch funktionieren? Weiß nicht. Ich nehme mir nachher auch noch ein Eis. Vorhin auch aufgefallen, dass ich noch Eise habe im Kühlschrank. Nein, nicht im Kühlschrank. Im Tiefkühlfach. Ich glaube... Siehste, siehste, habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Ich glaube, da muss ich mir eins nehmen. So, und das sind... Das da sind Nades, oder? Gut. Speichern. Bäh. Naja, jeder, jeder wie es mag. Also, jeder wie er es mag. Aber das ist... Bäh. Da, da ziehe ich die Linie. Ui. Wann kamst du denn von der Arbeit? Von neun Stunden? Dann hast du ein ordentliches Nickerchen gemacht. Nee. Komm! Nicht schade. Ich habe leider nicht gesehen, ob es zu hoch... Äh, das war zu doof. Das war einfach nur zu doof. Nicht zu hoch oder zu niedrig. Das war nur zu doof. Ach, come on. Schade. Sehr schade. Ah, da oben ist er ja. Seht ihr ihn? Ja. Okay. Wir haben ja noch ein paar Chancen. Von daher... Oh, au. Alles gut. Alles wird gut. Na, Hauptsache da oben sind nicht auch noch welche. Ui, ui, ui. Guck mal, hier können wir sogar ganz... Ach, guck mal. Hier können wir ganz heimlich üben. Ach, ist das cool. Ah, fast. Okay, das war es schon. Ah, auf der Fensterbank. Auf die Fensterbank gerollt. Sehr gut. Ihr habt die besten Ideen. Hm, das wird noch ein Trend. Pass auf. Echt? Olivenwasser? Geht das? Geht sicherlich, aber naja. Hier drüben. Hallo, na? Gordon, ich sitze fest. Ach. Scharfschützen haben mich im Visier. Immer noch. Gordon, hau Granaten rein. Das räumt er auf. Gut. Granaten räumen den Magen auf. Na, dann probieren wir es mal. Und auch alles andere. Ja. Universalmedizin. Ah, ich sehe schon. Ah, ich sehe schon. Oha. Oha. Ah. Ja. Wo haben wir denn einen Ort, wo uns beide nicht erwischen? Ob da vorne wäre ganz gut? Der Vogel, ne? Der Vogel, so. Oha. Was? Wo? Was? Und was für Geräusche? Huch. Ja, großartig. Unsere Kollegen sind jetzt, also die sind auch nicht so richtig helle, ne? Sagte er und starb. Ah, jetzt sind die da. Hallo? Was war denn jetzt mit meiner Taste los zum, zum Hocken? Da hat irgendwas überhaupt nicht funktioniert. Voll gebuckt. Ah, schade. Ja. Jawohl. Ich schwöre. Ich schwöre. Hä? Hier, ich halte die Taste. Siehste? Irgendwie, wenn ich gerade am Aufstehen bin und sie nochmal drücke, dann ist es irgendwie verbuggt. Hä? Komisch. Wow. Wow. Ah, ha, 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 ha. Und? Wo jetzt? Da. Oh. Ob wir das schaffen von hier aus? Ja. Bin ich mir nicht so sicher. Da ist er, ne? Ja. Wow. Hier kriegt man schon eine Show geboten. Wow. Fast. Schade. Oh, wie schade. Hab ich jetzt gerade gespeichert oder? Ich trau mich jetzt nicht. Mal hier nochmal. Kann ich den vielleicht auch von hier aus sehen? Ja. Oh, das wäre so nice gewesen halt. Yo, 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 yo. Äh, das war durch die Wand geschossen. Ich hab's ganz genau gesehen. Gut, dass wir es auf Video haben. Voll gemein. Unfassbar. Haha. Schade. Schade. Ja, sag mal. Hätt's so schön sein können. Okay. Jo, bitte. Aber hallo. Ah, schade. Es hat mehr wehgetan, als nötig gewesen wäre. Nun gut. Unterstützung? Ja. Ja, nehm ich. Hi. Was hast du denn da für ne Waffe? Achso, ich glaub so eine, wie wir auch haben. Hat auch so ein komisches Schild da. Ja, wir sind der Held vom Zelt. Ich weiß. Beste. Hey, mach los. Hey, mach los. Ja, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mit meinem Status dürfte ich ja vielleicht noch reinkommen. Wie? Achso, ja stimmt. Der ist ja in disguise quasi. Das Biest verfolgt mich. Was für ne, was Katze? Eka, los. Warte mal, ich muss hier ein bisschen fummeln. Hui. Achtung. Oh. Ich dachte, die gräbt sich ein, aber nee. Ups. Es hätte auch in die Hose gehen können. Ham. Sekunde. War da vorne noch was? Zum Sammeln? Hier drüben. Ja, ha. Ich weiß, wo du bist. Ach so. Da kommt man nur wieder dahin. Na gut. Von mir aus. Wie? Hier lang. Bist du dir da sicher? Bist du dir da sicher? Wow. Kopfkrabben, Gordon. Gut, 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 gut. Nice one. Spender? Echt? Desinfektions, äh, Dispenser. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Wo denn, wo denn, wo denn? Noch weiter vorne? Bin ich blind? Ah, okay. Gut. Hier wahrscheinlich irgendwo gesehen, Mom. Okay. Gut, gut, gut. Ah, ich höre doch schon wieder was. Wir haben leider immer noch keine Raketen. Ja, hätte man sich welche aufgehoben, ne? Aber ihr wolltet ja unbedingt den Spaß haben. Den schnellen Spaß. Oh! Dieses Geräusch auch. Dieses... Der Löwe kann das besser. Das klang genau wie ein Löwe, mhm. Oh, 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 oh. Schmerz. Sternchen, Schmerz, Sternchen. Ah, fuck. Oh, fuck. Oh, ich will nicht auf die Fresse, da. Oh, Dreck. Scheiße. Danke. Ja, toll. Hm, das funktioniert richtig gut. Funktioniert richtig... Knorke. Still! Mann, ey. Immer diese Nachbarn, weißt du? Furchtbar. Hm. Oh, viel zu viel Loot. Oh, viel zu viel Loot. Das wird uns teuer zu stehen kommen. Hm. Davor ist ein altes Gebäude. Bank oder Museum oder so etwas. Was ist auch wahr, jetzt ist es jedenfalls ein Nexus der Überwachung in City 17. Es ist eins der Hauptprobleme hier im Viertel. Hm. Dort ist ein riesiger Unterdrücker, der vom Dach aus alles platt macht. Cool. Cool Story, Bro. Ähm. Wir sollten das mal untersuchen. Ja. Synchronsprecher, ne? Okay. Wobei, es war schon mal schlimmer. Ah, ja. Ja. Oh, ja. Der Überwachungsnexus. Sie machen wohl mobil und zwar heftig. Man kann von hier aus das Tor fast sehen. Ich zeig's dir denn von der Straße aus. Ich glaube, wir nähern uns langsam den Punkt. Wir müssen da rein, um das Tor zu öffnen. Und der Unterdrücker wird auch da noch jeden, ja, unterdrücken, der durchkommt, bis wir ihn ausschalten. Dann los jetzt. Oh Gott. Das war so gut. Ich mag den. Ich mag den Barney ganz besonders. Ähm. Das ist... Wir nähern uns langsam der Stelle, bis zu der ich gespielt habe, glaube ich. Ah. Das ist... Ganz großes Kino. Oh, scheiße. Ja, und jetzt? Das war's. Anschleichen hilft nicht mehr. Toll. Wow. Achtung, Freeman. Oh, scheiße. Hier ist ein Medikit. Aha. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Keine Motivation mehr gehabt. Aber ich hab damals ja auch nicht aufgenommen und nicht geströmt. Von daher... Jetzt ist das nochmal was ganz anderes. Nee, tatsächlich hatte ich hier eine Stelle, wo ich auch lange festhing. Ich hatte eine Stelle, wo ich lange festhing. Ich glaube aber, ich hab die dann irgendwie überwunden. Aber trotzdem hatte ich dann irgendwie kein... Kein Elan mehr. Naja, wir werden sehen. Mal schauen. Mal schauen. Oh! Geht mal zurück. Danke. Geht mal zurück. Bleibt mal zurück. Ja, das hat ja super funktioniert. Echt toll. Echt jetzt? Ach, ich hab's nur ein bisschen verschoben. Okay. Ist das doof. Ja, Vorsicht. 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 Zeig ich doch. Ist auch nicht viel besser. Ja, ich lasse es mal so. Ui. Da ist das Tor, von dem ich erzählt habe. Wir können erst weiter, wenn wir es geöffnet haben. Falls es möglich ist. Okay. Zuerst müssen wir in das Nexus-Gebäude. Na dann. Ah! Hier, flieg dich zusammen. Ich glaube, ich könnte direkt wieder laden. Ach, mal gucken. Aha. Aha. Ich glaube, man sollte sich hier... Ah, toll. Hier ist kein Deckung. Man sollte sich hier verstecken. Uh, ja. Da kommt was von oben. Oh, ja. Oh, ja. Ich mach hier mal eine Speicherung. Ah. Dach überm... Wow. Dach überm Kopf ist hier tatsächlich... Ähm... Essentiell. Jetzt geht es hier nicht weiter. Sehe ich das richtig? Ah, shit, ey. Hm. Vielleicht hab ich auch nur irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist... Ah, das Tor zu. Okay, 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 okay. Ja. Ich guck mich erst mal ein bisschen um. Ich glaub, ich lade eh gleich nochmal neu. Ich kann leider auch nicht so lang rennen, ne? Wie das halt so ist. Nope. Mal hier rein? Ja. Oh, Backe. Ist der Doc irgendwo? Äh, gib mal mir. Hier ist ein Medikit. Ja, danke, danke. Das ist ja nett. Noch eins? Hört ihr? Spricht jemand? Ist er leise? Könnt ihr es auch lesen? Ist das wieder eine Übertragung? Oh. Nicht vorbei. Boah, das hat echt weh getan. Krass. Boah. Hui. Ja, was? Sehr gut. Ja. Ich kann nicht genug kriegen. Das ist richtig. Hallo. Ja. Gut. Ist hier... Ah, ein bisschen was zum, äh, nachfüllen. Gut, 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 gut. Äh, ein bisschen das. Und was ist das hier? Hier kann man sicherlich aufmachen, aber nutzt es was? Nicht. Nicht. Ja, interessant. Guti. Huh. Wo weiter? Oh Mann. Sehr offene Flur. Na, YOLO. YOLO, das gilt ganz besonders für uns. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, nicht cool. Äh, ja, ne, ne, ne. Oh, nein. Uh, eu, 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 eu. Äh, hä, hä. Ja, gut. Mit Schnellsp... Ich glaube, die Lampe redet mit uns. Ja, mit Schnellspeicher und Ladetaste leben wir 30.000 Mal. Das ist richtig. Hier ist... Da ist zu. Ähm, ja. Das war hier irgendwie so eine Stelle. Irgendwie muss man jetzt hier... Warte mal kurz. Also entweder gibt es hier irgendwo eine Tür oder man kann hier irgendwas zuppeln oder sowas. Da ist ja ein Kabel. Ah, ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, okay. Okay, okay. Nee, nee, es wird schon. Ihr habt vollstes Vertrauen in den Ochie, oder? Oder? Überlegt es euch gut. Also, also... Also ich wäre da jetzt nicht so voreilig. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Okay. Ach, guck mal. Sieht ja fast edel aus hier. Naja, edel ist vielleicht übertrieben. Wie so ein altes... Wie so ein altes Regierungsgebäude oder sowas. Rathaus. Hm. Also... Hm. So ein Amt. So ein Amt irgendwie. Aha. Hm. Genau das. Hm. Das wäre auch meine Reaktion. So, und was ist hier Phase? Aha. Aha. Echt? Wir sind voll. Aha. Weg. Meins. Na gut. Probieren wir es. Ähm. Das soll bestimmt heißen, wir können die... Ich würde da weggehen. Achtung! Oh! Oh! Das ist... Der Honk, ey. Na gut, aber... Aha. Türme. Genau. Du hast den Anzug, also kümmere dich um sie. Ich erledige das mit der Konsole. Ah. Ah, so. Wir müssen die also aktivieren, ja. Okay. Achtung, und rennt hin. Was, wo? Wo eine Granate rein? Oder wird das... Wird das hier aufgemacht, wenn wir hier... Ah! I see. Ah! I see. Ah! I see. So irgendwie? Ah, es hat ja nicht so funktioniert. Hä? Kann man das denn da... Wo kann man das denn da reinwerfen? Wir wollen eine Granate rein, wenn du eine hast. Das sollte genügen. Genau, mal versuchen zu rollen. Ja, ich mach nochmal Laden. Kann ich so nicht lassen. Also. Ah! Rollen ist der Trick. Ah! Sehr gut. Gut, ich mach das jetzt auf. Sehr gut. Hm-hmmm. Cool. Cool. Das wird unser Ende. Kann ich schon mal sagen. Auf jeden Fall der Anfang davon. Gut. Bestens. Oha, Landungsschiffe. Oha, Landungsschiffe. Hm. Ah, ja. Wenn wir durch die Schilde wollen, müssen wir die Generatoren einzeln ausschalten. Hm, na, machen wir das. Lieber Barney. Das klingt nach einer guten Idee. Idee. Oha. Da kommen sie! Oha, genau. Oha, hau, 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 hau. Hm? Da ist wieder ein Ding-Sie. Ah, da ist ein Ding-Sie. Was passiert, wenn wir durch das Ding-Sie gehen? Wir probieren's aus. Hey. Ah, ich seh schon. Ah, ich seh schon. Ah, ich seh schon. Cool-Laser-Show. Ach, hab ich mich gesehen, echt. Ah, ne, macht, geht. Bleib da stehen. Da, geh da nach hinten. Er hört nicht auf mich, scheiße. Okay. Also, pass auf. Ich zeig euch das jetzt. Blup. Au. Nope. Nope. Noch mehr. Ach, scheiße. Ah, das war schon mal okay. Oh, gut. Jetzt bin ich ja durch, ne? Ah. Wie hat er... Wie hat er... Der Honk ist hier durchgegangen, oder? Warte mal. Ich will mehr Hilfe haben. Das... Na, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist so... Aua. Aua. Auch nicht besser jetzt. Auch nicht besser jetzt. Na, komm. Komm, Barney. Mach mal. Mach mal. Na, Mist. Scheiße. Und wo... Wo sind jetzt hier Nades? Nades. Hä? Warte, was? Ach, da ist auch wieder so ein Energienipsel. Ja. Ja. Hier waren Nades, genau. Mir war doch so. Weg. Schade, dass man dem nicht befehligen kann, dass er hier bleiben soll. Irgendwo hingehen. Oder hier. Oder... Keine... Ich weiß auch nicht. So. Probieren es nochmal. Oh. Da ist es ja schon. Ich dachte, hier ist noch so eine kleine Mauer. Aber nee, nee. Ah. Fuck. Naja. Ich versuche es mal so. Kicks. Ah. Scheiße. Nein. Zu wem hat er es gesagt? Ist die Frage. Oh, Dreck. Ist hier noch Health? Bisschen Heal für uns. Nee, nee. Hier unter der Treppe hätte ich mal gucken können. Äh. Ach. Ähm. Ja. Hm. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Gib mir das. Alles. Ja. Hey, 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 hey. Was ist los? Halt. Wir kommen mit. Ihr wollt doch nur wieder in die Laser rennen. Ich weiß doch ganz genau, wie es ist. Hoppla. Das passt schon so. Äh. Das passt schon. Ja, ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber gut. Das passt schon so. Fantastisch. Nein. Bleibt da. Bleibt einfach. Bleibt da. Bleibt da. Bleibt da. Bleibt da stehen. Warte mal. Geht da mal. Geht da mal rein. Ja, Leute. Was ist das? Das ist doch so. Das gibt es doch gar nicht. Ja, fantastisch. Geht da mal. Der Barney allein ist schon schlimm genug. Es ist schon schlimm. Hier sind aber auch noch zwei. Ja, ihr seid ja schon wieder da. Ah, ich will da rein. Fuck, oh Mart, ey. Oh, der war nice. Der war richtig nice. Okay, das speichere ich mal. Bleibt mal jetzt hier. So, dann kann ich hier noch ein bisschen looten. Looten? Wo ist mein Loot? Dann mal Loot. Na gut. Ich dachte, da wäre noch was. Aber nee. Das ist schon schwierig. Wer war das? Ich habe es doch ganz genau gehört, dass hier Scher... Ach, mein Gott, ey. Gut. Da geht es irgendwie rüber. Hier werden die... Hier werden die doch bestimmt gleich ankommen. Hier und da. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gandolf. Hallöchen, mach das. Nee, kein Problem. Wir müssen drei Generatoren ausschalten. Ja. Ja, hier ist der erste. Ja, 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 ja. Ähm, kein Problem. Da ist der Eli's Gravitron. Versuch doch mal, ob du vielleicht die Schilder damit etwas durchschütteln kannst. Ja, 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 probieren wir gleich. Herzlich willkommen jedenfalls. Oh Mann. Überwachung auf dem Dach. Genau da wollen wir hin. Oh, jetzt. Gut, 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 gut. Okay. Nur noch zwei Generatoren. Gut, gut, gut. Oh, hier ist noch was. Oh ja, oh ja, oh ja. Uh, Bierdeckel. Oh, Backe. Ich muss sowieso schon... Ich hab's auch gehört. Ich muss sowieso noch was abschicken. Ich glaube, ich muss vier Briefe oder so schicken. Mach dich bei Zeit. Bei Zeit. Feuer frei. Bang, bang. Wow, bang, bang. Scheiße. Musst du nachladen. Die haben das zu wörtlich genommen mit dem Bang-Bang. So. Medikit, nehm ich. Wie, was? Selber verletzt, na gut. Speichern. Gucken. Wehe, da läuft einer von euch rein. Dann könnt ihr ja selber ausbaden. Fast gut. Na, immerhin. Ja, immerhin. Oh. Mann, da muss was Tolles drin sein, wenn es so verteidigt wird. Wo ist hier, Doc? Ich glaube, bis du's ausschaltest. Vorsichtig. Ah, okay. Können wir probieren. Ähm. Ja, ja, komm. Machen wir mal. Ich meine, ich kann zu dem Loot hier nicht Nein sagen. Das ist ja klar. Die Frage ist, wie das funktioniert. Ah, ja, 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 ja. Ich erinnere mich dunkel. Ähm. Ich weiß nicht genau, was dadurch aktiviert wird. Vor allem wo. Ah, da. Ich muss erst mal gucken, wie das, wie man es ausschalten kann, so nicht? Richtig. Richtig. Ja, das funktioniert schon mal nicht so gut. Ähm. Nium, nium, nium. Ich muss mal gucken, wo man hier... Okay, hier ist man schon mal nicht sicher. Nope. Muss man einfach länger draufballern? Oder, oder, oder kann man das gar nicht kaputt machen? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich das irgendwie... Ähm. Ich will einfach generell mal gucken, ob das überhaupt kaputt geht. Nö. Nö, offenbar nicht. Gut. Dann probieren wir mal irgendwie anderweitig... Äh, anderweitig rüber zu kommen. Es ist einfach sicherer Tod, oder? Wenn man das hier aktiviert. Hm. Was war das denn? Aha. Ich dachte, ich hätte mir das eingebildet. Aha. Aha. Ich muss gerade so ein bisschen an so Szenen denken, wie in so Oceans 11 oder so, weißt du? So Lasershow-Dinger, übertriebenen, ne? Szenen. Und sich da irgendwie durchfuchsen muss. Aha. Genau so ist das hier nämlich. Ja, oder das. Genau, 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 genau. Genau, genau, genau. Vorsicht. Ja, das jetzt in VR, ne? Das würde wahrscheinlich noch besser funktionieren, ehrlich gesagt. Also. Kommt man hier weiter? Ja. Äh, uh. Ich weiß nicht, ob das... Ob das hier langt. Äh. Nope. Nope. Richtig, richtig, stimmt. Sowas in der Art hatten wir tatsächlich. Äh. Es war furchtbar. Es hat nicht gut funktioniert. Ehrlich gesagt. Äh. Äh. Kann es sein, dass ich da irgendwie anders rüber muss? Äh. Hm, hm, hm. Äh. Ah, hier durch vielleicht. Ah, geht das? Fast. Fast. Hm. Komm ich hier doch hoch? Nope. Oder... Also dieses Rohr, ne? Diese Rohre hier sind verdächtig. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Vielleicht mit irgendeinem... Gegenstand? Irgendwas, was ich holen kann? Äh. Komm ich nicht durch, ne? Scheiße. Jetzt hänge ich hier voll fest, ey. So ein Dreck. Ah, guck mal. Es geht also doch. Es geht also doch. Gut, dass ich gespeichert habe. Böse, se, 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 se. Aha. Ist bestimmt überhaupt nicht so gedacht. Oh, können wir es hier ausmachen? Ja. Sehr schön. Ich benutze diese Dinger hier viel zu selten, ne? Die hier. Äh, nee, ähm, Entschuldigung. Die hier. Bitte. Ist voll cool. Äh, okay. So, und, äh, was war jetzt die Belohnung genau? Was, was, was war jetzt hier so toll daran? Ah, hier passiert was. Glaube ich. Oder? Ah. Ah, 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 ah. Ah, wir müssen hier sowieso hin. Ach, so, oh. Falsche Waffe. Ach, so, ach, so. Hier wird es gleich böse. Noch ein Generator übrig. Genau. Jetzt kommen hier aber erstmal Partygäste, glaube ich, oder? Stimmt. Ja. Na? Na? Nicht, doch. Da wäre ich. Gehen rein. Das war noch nicht alles. Das kann ich euch versprechen. Aha. Blut. Scheiße. Oh-oh. Heh heh heh. Ah, fuck. Schmerz. Ich finde das Sternchen Schmerz-Sternchen so schön. Nein! Ich hing fest. Also ich hing nicht wirklich fest, aber ich bin nicht durch die Tür gekommen. Ich bin zu fett. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, ja, kümmert euch mal. Danke. Oh! 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 Au! Aua, 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 aua. Hast du gerade noch mal so gerettet. Gerade so. Ah, es tat mehr weh, als mir lieb ist. Es hat Wehtun generell so an sich, aber ja. So, und? Noch mehr? Kommt da noch was? Oder müssen wir zurück? Müssen wir zurück? Und wir haben hier halt das Zeug deaktiviert, ne? Kann schon sein. Vor allem hier sind wir auch noch nicht weitergegangen. Hm. So, Kollege. Ja, der Rest ist weg, ne? Ich glaub, der Rest, der hat sich, äh, der macht Feierabend. Okay. Ja, ja, entdecken. Selber. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Ach, das war nur das hier, oder was? Ich mein, ist auch schön, aber... Ja. Ah, so. Ah, so. Und was hier? Ähä. Ähä. Kann hier so reinglotzen, irgendwie. Das ist ja interessant. Diesen Löchern, wo man nicht durchkommt, aber man kann gucken. Nur gucken, nicht durchsteigen. Äh. Was haben wir denn hier so? Nades. Mhm. Ist das ein Zeichen? Wie soll uns das etwas sagen? Ah. Aha. Aha, aha, aha. Oh. Ja. Hahaha. Und jetzt? Was? Was? Feichern? Sind die? Aha. No. Ich glaube, es ist genau abgedötscht. Äh, abgedötscht. Ah. Ich glaube, ich habe etwas erwischt. Ein bisschen. Ja. Ziemlich cool. Das ist aber irgendwie eine ganz nette Position hier, ehrlich gesagt. Wollen wir noch mehr davon haben? Versuch's mal mit den Springern. Mit den Springern? Äh, ja. Hier so? Ach, da ist ja schon einer. Da ist ja schon einer. Da ist ja schon einer. Und wir auch noch einen machen. Ich weiß halt nicht, ob die da auch gleich durchkommen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wow. Nice. Oh, das ist ja nett. Oh, das ist ja sehr nett. Hui. Das hätte ich mir aufheben sollen. Ah, hier ist aber genug. Noch ein bisschen was. Äh, da ist nur einer. Zwei. Das war's. Okay. Na, das ging ja. Einigermaßen. Schön. Ah. Ist das da, wo wir eben waren? Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ähm. Ja, probieren wir mal. Hm, das war schlecht. Das war nicht so. Yep. Ein bisschen zu sehr weh. Aber, das Gute ist, wir haben hier noch was. Äh, was? Ach, hier. Ich wollte schon sagen. Hier war doch noch was. Äh, schon wieder 50 Minuten Episode. Ui. Weißt du was? Dann würde ich sagen, wir machen mal, bevor wir das letzte Ding sie kaputt machen. Da, genau. Da ist es schon. Sehr gut. Machen wir hier noch einmal einen Episoden-Cut. Und im Stream geht es dann in zwei Minuten weiter. Aber, in der Aufnahme erst in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen soweit. Es geht heute ganz schön hart ab irgendwie. Finde ich cool. Also, irgendwie macht es mir heute besonders Spaß. Interessant. Ja, ich sage besser jetzt nicht nahtlos, weil es ist ja nicht ganz nahtlos. Ich muss immerhin noch ein Weingummi essen. Das ist auch wichtig. Aber, auf YouTube werdet ihr davon jetzt nichts mitkriegen, weil jetzt gibt es den Cut. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann. Macht es gut. Und tschüss.